So liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter mit dem Anfang der Sequenz 4. Und was gedingst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. Genau so ist es. So, was haben wir dann als nächste Aufgabe? Lambeth. Okay, das ist der nächste Teil und wir sind auch da oben. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt nicht ernsthaft da oben durcharbeiten. Das Problem, dass wir jetzt... Warte mal, habe ich nicht immer noch eine Möglichkeit, mich nur mit dem Zug versteckt, ein bisschen weiter runter zu porten, dass ich dann quasi nicht unbedingt über die... die ich alle gebiete durch muss, weil ich wäre schön gewesen, wenn wir die... Wir sind immer noch im Wald Schäppere. Wir haben doch hier unten schon angefangen, oder nicht? Nee, ne? Westminster... Ja gut, da hinten ist ja der Big Ben. Wenn sich das richtieren, ne? Das muss auch sein. Gut, dann müssen wir tatsächlich da hin. So, ein Löffel Sirup. Dann müssen wir damit anfangen. Dann müssen wir tatsächlich jetzt mal durch komplett London durcharbeiten. Ja, super. Na gut, egal. Ja, das haltet sich anders machbar, ne? So, also 1200 Meter sind das. Aber wir fangen erst mal an, uns ein bisschen zu leveln, weil wir, glaube ich, Level 3 oder 4 sein, um da überhaupt reinzukommen in die Mission 3 jetzt immer, glaube ich. Für ein paar Mal jetzt, ja. Jakobs-Fähigkeiten. Kaufen. Konterwurst. Und Level 3. Sehr gut. Und noch Falzern. Kurz mal, ob ich noch irgendwo einen habe, wo ich... Ja, hier. Ja, dann nehmen wir noch mit. Nehmen wir sogar mit dem Plünderer. Erhalten. Da machen wir uns jetzt mal. Habe ich noch mal viel... Habe ich jetzt noch mal viel Fähigkeitspunkte gerade? Ne. Okay, das war nur die 4. Ne, oder 5 haben wir jetzt gehabt. Ja. So. So, kann ich jetzt da irgendwie durch? So, ich schreibe mal jetzt aus. Entschuldigung. Da wir uns jetzt da... Ach so, das ist das... Ist das das Superstück, oder was ist das jetzt? So, ich schreibe mal jetzt hier. So, ich schreibe mal jetzt hier. Ach so, eine Sek... Ist das die... Ja, doch, da machen wir es so. Da machen wir es mal die Mission. Ich dachte, das Schiff ist ja schön raus und entspannt. Aber das ist einfach die nächste Mission, die wir machen können. Na, machen wir die doch. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Frye. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich hab den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krageilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob. Vor allem in Templerhänden. Du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne wartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Daricks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Okay. So. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Mr. Horn. Vorsicht! Verdoppel die Wachen am Wagen! Ich versuch's. Ich versuch's. Also, wie sollen wir zu dem... Was sollen wir denn machen überhaupt? So, dann machen wir das doch erstmal. Dann gehen wir da mal rüber. Aber mega... Wie sieht überhaupt die Fan-Präsenz aus? Okay, es sind ein paar da. Genug Polizei ist an Bord. Warte mal, ich muss ja gerade gucken. Nehmen wir die mal raus. Für mich eher uninteressant gerade. So, weg mit den beiden. Auch der ist raus. Ich schiebe mich krass. Tschüss. Jetzt gehen wir mal hoch da. So. So. Ich hol sie da runter. Ich hol sie da runter. Was soll sie? Na, ich weiß nicht. Wir müssen orientieren gerade. Genau. Ja. Oh, je, 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 je. Das wäre ja ziemlich lustig. Ich hole mir die jetzt nicht. Scheiße. Nein, es geht bei dir ab. Oh, Glück gehabt. Scheiße, ich habe kein Vorort mehr drin. Kann ich mir jetzt ein bisschen hier ein bisschen regenerieren? Ja, die Temperatur suchen. Ich will erst mal hier nur mich regenerieren. Okay, das tut er gerade. Sehr gut. Naja, es dauert jetzt einen Moment, bis ich die jetzt erstmal alle erledigt habe. Da sind ein paar jetzt drei, sehe ich zumindest, plus die zwei Polizisten. So, den da werde ich mir gleich noch holen. Da sind noch die zwei, die da unten rumschleichen und ich orientiere mich und ich heime mich nur gerade mal kurz, weil die sind nicht ganz ohne. Da war immer kriege ich den so weg jetzt. So, wenn ich den mit dem Kopf, ne, kriege ich nicht von da oben, ne? Doch, das könnte klappen. Der ist weg. Schon mal weniger. Allerdings ist einer weniger. Schon mal wenigstens einer weniger. Ja, jetzt hole ich mir den in der Tür. Kriege ich den jetzt noch runter? Ja, kriege ich. Da ist noch ein Kopf. Da ist noch ein Kopf. Also zwei noch. Zwei Kopf noch. Die hätte ich gerne noch rausgenommen, die zwei. Also die Feinde sind, glaube ich, hier weg, was jetzt hier betrifft. Hier ist noch Schöscher, habe ich gar nicht gesehen. Das ist mir null aufgefallen hier. So. Und dann holen wir uns die Kiste. Den einen ignoriere ich jetzt gerade mal so ein bisschen. Und dann nehmen wir die mal mit. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Oh, scheiße. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Das heißt, wir sollten mit dem Kiste... Wir hauen mit der Kutche. Na, also bei uns ist auch noch ein Kutschelrennen gefahren, oder was? Wir müssen die Kiste an einem sicheren Ort bringen. Wenn ich raus müsste, vielleicht uns beide töten? Wir müssen die Kiste an einem sicheren Ort bringen. Wir müssen die Kiste an einem sicheren Ort bringen. Das habe ich gar nicht gesehen, den Typen. So, der ist raus. So, der ist tot. Der ist ja auch tot. So, habe ich jetzt auch alle Ruhe. Das ist mit der Kiste. Nein. Ach, geht auch den Typen weg. Ach, du musst aber auch erst. Ich nehme den Typen. Scheiße. Ja, weil ich schon nicht runterkomme und dann lieber, oder sie lieber erstmal den Typen da wegnimmt. Ja gut, alles gut. Hat auch keiner weiter, das war immer alles beim ersten Mal packen. So. Mäh. 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 Da dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis der hier alles aufgebaut hat und geladen hat. So, aber die Frage ist, wie weit müssen wir jetzt... Was in aller Welt sollten wir mit kapieren? Sie leben! Wenn wir nur etwas Zeit hätten! Komm doch hier rüber und holt uns! Den Kopf, lass das! Tod. Fuck. Wir sind ja auf den Persen! Weck den ihr trefft mit der Schäfer nicht! Hör auf! Komm! Wir sind ja auf den Persen! Wir werden die Kistler deine Bischönen aufbringen! Sie können die Kistler deine Bischönen aufbringen! So, die ist tot. Die kommt jetzt weg. So, der ist tot. Weg damit. Ach, geben wir die doch um die Müsse. Der ist tot. So, ich hoffe, dass ich die Teile jetzt erledigt habe, der Mission. So, eine Kiste macht die Biege abgeschlossen. Gut, und weiter geht's dann in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Syndicate. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Syndicate.